Und dann Moinsen zum zweiten Video hier am heutigen Tag, zum zweiten Audio-Video, aber auch mit ein bisschen Video, kommen wir gleich dazu, aber das erste Video ist gewesen zu Heidenheim, zum 3 zu 3 und natürlich viele VfB-News wieder, großes Mischmasch mit ein bisschen Ärgernis über Augsburg und so Geschichten, also das da gerne reinhören, wer es noch nicht getan hat. Und zweites Video jetzt hier, zweites und letztes auch für heute, das ist mal kein Dreiteiler, es geht natürlich um das Spiel gegen Borussia Dortmund bei Borussia Dortmund und hier schon von Beginn an, da habe ich ein bisschen Video drin, nicht nur Audio diesmal, beides in einem, weil ich war ja schon am Dienstag im Talk bei Naif, bei Nico und bei Felicio und eben auch Toxi war dabei von den Pölers und dann war ich eben auch am Donnerstag selbst, gestern selbst, war mit am Start im Stream, wäre natürlich geil, bei ihm im Vorspiel im Livestream, wie wir das letzte Mal da auch schon gemacht haben, dass ich bei ihm im Stream bin und jetzt bringe ich euch hier nochmal ein paar rausgeschnittene, sag mal Highlights oder Clips eben aus diesem Stream, die kriegt ihr jetzt gleich zu sehen, also auch ein bisschen Bewegtbild mal, sonst ja nur Audio und danach fahre ich fort mit meinem normalen Vorbericht. Meinst du denn, dass zum Beispiel so ein 3-3, natürlich ärgerlich, wie es zustande gekommen ist und so, dass du aber bei solchen Spielen doch auch was davon mitbekommst, natürlich versucht man sowas irgendwie vom Platz fernzuhalten und wegzuhalten von der Mannschaft, aber du kriegst es ja mit, also ich meine, wenn da schwarzer Rauch aufsteigt und wenn die Stimmung wirklich erst gar nicht vorhanden ist, beziehungsweise auch so ein bisschen das Rumoren ist und so, dann macht das ja irgendwie doch was mit dir. Nimmt das Einfluss aufs Sportliche? Ich glaube tatsächlich überhaupt nicht, also es waren auch die Aussagen von allen Verantwortlichen bisher, Hündnis natürlich auch, jetzt hat die klassischen Aussagen von den meisten, natürlich hätten wir gerne Ruhe, natürlich hätten wir gerne, dass von Minute 1 ansupportet wird, eines Tages glaube ich nicht, dass das einen großen Einfluss hat, plus das hat man ja auch schon während den ganzen DFL-Investoren-Geschichten, wo es dann 12 Minuten waren, die geschwiegen wurden und viele gesagt haben, oh, das und das ist ein Problem oder hier und da, wenn mal Tennisbälle geflogen sind, Partie unterbrochen, haben die Fans irgendwas geschadet, glaube ich ehrlicherweise nicht. Und das perfekte Gegenbeispiel war ja unser Heidenheim-Spieler bisher nach, glaube ich, 7, 8 Minuten Führung gegangen. Spiel ist eine überragende Anfangsphase, muss eigentlich schon, wie gesagt, auch da schon führen, war halt minimal abseits, aber eben genau in diese 10 Minuten, wo keine Stimmung war, treffen die nach 6, 7. Von dem her ist das auch quasi direkt widerlegt worden und auch alle Spieler sagen, klar, kriegst du es ein bisschen mit. Ich glaube nicht, dass es die weiter, weitergehend interessiert, sollte es sie auch nicht. Fokuse ich auf den Sportlichen, auf Analyse, auf Training. Ich glaube kaum, dass sich da irgendwer den Dolmetscher holt und sich dann irgendwie 15 Seiten Interview aus dem Kicker übersetzen lässt. Das sehe ich einfach nicht. Und wie gesagt, war das perfekte Beitrag. Ich habe fast gefreut, dass wir getroffen haben, in diesen ersten 10 Minuten, damit eben der Quatsch nicht wieder aufkommt. Von wegen, boah, supportet doch, weil das hat auch ohne geklappt. Was denkst du denn so über uns? Ich meine, also ihr kommt da nochmal mit so einem Mentalitätsding 3-3. Wir kommen halt mit einem 2-0-Auswärtssieg in München, wo ich aber eben auch schon, bevor wir live waren, den Chat so ein bisschen verfolgt habe und auch die Stimmungslage so ist, wie ich selber auch das Empfinden habe. So richtig wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen mit diesem Auswärtssieg. Ja, also er kann total brutal beflügeln und die Leute schreiben so, boah, tendenziell gibt mir das jetzt ein besseres Gefühl gegen den VfB als ohne dieses Spiel. Aber die Leute sagen richtigerweise auch, Auswärtssieg in München ist cool, aber VfB Stuttgart zu Hause ist dann doch wieder auf einmal was ganz anderes. Halt das mal so ein bisschen aus der Wertung raus. Also wie siehst du den BVB jetzt nach diesem Münchenspiel? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe am Samstag tatsächlich. Ich war unterwegs, aber ich war auch schon ein bisschen verwundert, weil, also ich glaube, da tue ich auch euch nichts böse oder so. Ich glaube, die meisten von euch haben das ja auch so gesehen, dass ich davon ausging, was habe ich getippt? Ich glaube, 4-0 für die Bayern. Weißt du, die letzten Jahre halt in München guckst du halt, kriegst du meistens aufs Mord oder verlierst du zumindest in München, so wie es halt aussah. Für Spiele in Dortmund war ich immer meistens ein bisschen quasi optimistischer für euch, weil es dann doch so ein 0-2-Effekt. Echt, weil wahrscheinlich diese Saison einfach die komplette Spannung überall gefehlt hat. Ich glaube, letzte Saison war das erste Spiel vom Tuchel, dann ging es irgendwann mal um die Meisterschaft, irgendwann war es das erste Spiel vom Flick und sowas. Jetzt war bei den Bayern halt auch so ein bisschen die Luft raus und es war ja wohl auch kein guter Auftritt von denen, aber dort zu gewinnen nach, glaube ich, 10 Jahren war es bei euch, ist ja brutal wichtig. Bitte nicht ganz 10 Jahre. Es haben so, glaube ich, 20 Tage haben gefehlt fürs Jubiläum. Da konnte ich nochmal entspannt durchatmen, dass wir diese 10 Jahre nicht vollgemacht haben. Nee, stark. Also Bayern zu gewinnen ist immer geil, das beflügelt immer und man hat es ja auch gesehen, wie die Jungs sich gefreut haben. Also die Dortmunder Spieler sich gefreut haben nach dem Spiel, auch völlig zu Recht in München. Ich glaube, ich würde so drehen, wenn ich jetzt BVB-Fan wäre, würde ich glaube ich so drehen, dass ich so ein bisschen mehr den Druck quasi auf meiner Seite habe als BVB. Ja sowieso, weil ihr hinter uns steht und wir, glaube ich, gerade vier Punkte voneinander entfernt sind. Aber eben dieses Feeling von, ey, cool, in München gewonnen, das machst du nicht alle Tage, nehmen wir mit, aber bringt halt nichts, wenn du uns gegen Stuttgart verlierst. Also ich glaube, dieser Druck quasi im Sinne von, das jetzt bestätigen, ist bei euch größer als der Druck von, der VfB muss in Dortmund gewinnen. Ja, das würde ich genauso einordnen. Zumal du dann auch noch, und auch das müssen die Spieler, so doof es sich anhört, theoretisch ausblenden. Ist nämlich genauso eine Fan-Thematik wie bei euch. Die Fans werden es zelebrieren, davon kannst du ausgehen, 50 Jahre Westfalenstadion. Wenn man auf diese ersten beiden Spiele der Saison schaut, wo ihr ja wirklich dominant aufgetreten seid, mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einer breiten Brust, auch mit viel Ballbesitz gegen uns. Also wirklich, wie eine Heimmannschaft das auch spielt. Jetzt spielst du aber ja nun mal auswärts. Ist es, Edwin Terzic hat es mal so schön gesagt, er möchte es ortsunabhängig spielen. Was ich tendenziell total toll finde, dass du Fußball, egal wo, immer gleich spielst. Tritt Stuttgart jetzt ein bisschen respektvoller, defensiver, mutloser auf? Oder sagst du, scheißegal, ob hier unser Stadion und Cannstatt der Kurve oder Gästeblock in Dortmund, wir machen hier Vollgas. Was sagst du? Ich glaube, das ist schon so der ähnliche Stiefel. Ich meine, das bin ich auch bei dir, finde ich eigentlich gar nicht so schlechte Herangehensweise, wenn es halt funktioniert. Aber wenn du es auch mal guckst, wenn du so Spiele vergleichst, in München hat es nicht so ganz funktioniert, nach zwei Minuten hinten gelegen. Es war noch die Phase von zwölf Minuten schweigen. Es war eine schwierige Auswärtsfahrt nach München, war ja auch vor Ort. Aber jetzt zum Beispiel in Leverkusen, das Pokalspiel wäre jetzt sowas, was mir einfällt, das ja auch nicht hinten reingestellt oder irgendwas in der Form, das ja genauso mitgeliefert. Das war ein Spiel, meine. Warst du nicht sogar da? In Leverkusen nicht, nee, das habe ich auch nur gestreamt gehabt. Da haben wir, glaube ich, auch ein anderes Thema drüber gequatscht gehabt, glaube ich. Boah, also ich saß hier und habe gedacht, was spielen wir eigentlich, also wenn das ein Fußballspiel ist, was spielen wir bei Borussia Dortmund? Also das war ja so von einem anderen Planeten, das war wirklich. Und das ist auch was, selbst wenn du dann den Kürzeren ziehst, kannst du ja eigentlich wirklich nur massiv stolz auf diese Truppe sein mit so einem Auftreten, oder? Eben, das war es ja auch. Das war kurz ein bisschen genervt, weil das zieht sich auch bei Leverkusen durch. Da war auch 90 plus irgendwas mit dem Tarkopfball und so. Das war jetzt gar nicht das Gefühl von, ey, wir sind hier unverdient raus, sondern quasi wir wurden hier um eine Verlängerung betrogen. Das war so das Hauptgefühl bei dem Spiel, weil es war eigentlich wirklich ein Unschiedenspiel bis zum 90. Das hätte ja nicht mehr fallen müssen. Hätten wir noch verlieren können über 120 oder über das Elfmeterschießen. Aber das hätten wir uns nochmal angucken können, 30 Minuten lang. Das wäre, glaube ich, nochmal geil geworden. Und deswegen, wenn ich mir gucke, wie die in Leverkusen auftreten, wie die generell überall auftreten. Ich meine, in der Saison muss ja gucken, als Dritter bist du ja selten auch auswärts irgendwo quasi der Underdogs. Das ist ja nicht mehr wie letztes Jahr. Aber auch in Hoffenheim auch bist du direkt so aufgetreten. Also die werden schon Gas geben mit dem Wissen eben, dass du mit diesem anspruchsvollen Fußball, das hast du auch gegen Heidenheim gesehen, glaube ich, beim 3-2 war es vor allem. Sobald du mal eins so einen dummen Fehlpass drin hast, kippt das Ding halt komplett. Ich glaube, das 3-2 war wirklich von Heidenheim, Fehler im Aufbau im Mittelfeld, zwei, drei Pässe, Flanke drin. So, und dieses Risiko ist natürlich noch ein bisschen höher bei Klubs wie Dortmund, Leverkusen und so weiter mit der Qualität im Kader auch. Deswegen würden sie schon Vollgas geben, aber mit einer, ja, ich sag mal, ausreichenden Ruhe oder ausreichenden Reife nichts Überhebliches zu machen. Ja, das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass man überheblich wird. Dafür steht jetzt auch Sebastian Hoeneß eigentlich nicht. Nee, überhaupt nicht, ja. Ich glaube, also wenn das einer wirklich gut einschätzen kann, dann er. Benni, bitte. Ja, was sengst du? Der VfB spielt in Stiefel runter, ne? Also so, as always, du wirst als BVB auf jeden Fall keine Sekunde stressfrei sein in dem Spiel, weil du einfach komplett hoch angelaufen wirst. Das ist ja eines das, was dem BVB dann zumindest in dieser Saison nicht ganz so gut liegt, wenn da richtig Druck drauf ist vorne einfach schon im Aufbau, dass der VfB echt gut dieses Jahr drin, auch nach Ballverlusten den Ball dann wieder zu verteidigen. Und ich glaube, dass es auch da wie immer wird beim VfB. Es richtet sich einfach sehr, sehr viel danach, was Sebastian Hoeneß vom Anlaufverhalten her erwartet vom BVB. Also wenn du einen tieferen Gegner erwartest, dann wird es wieder so ein 2-3-2-3, alles sehr fluide und sehr, sehr gute Raumbesetzung. Wenn du ein bisschen höher anläufst, dann hast du wieder diese 4-2-4, immer mit denselben Rhythmen. Und ich glaube auch übrigens deswegen, du kannst Karasor und Stiller nicht sprengen in so einem Spiel, weil die einfach für das Spiel zu wichtig sind. Für den Aufbau, weil ja darüber sehr, sehr oft das Pressing getriggert wird. Für mich ist der VfB dann verwundbar, wenn du diese Gegenpressing-Momente überspielst. Also das heißt, wenn du nicht, als VfB-Stuttgart nicht schnell genug wieder in die Ordnung zurückkommst, weil das ist ja immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden, nach Ballverlust so hoch ins Pressing zu gehen. Aber deswegen, dass der Schlüssel eigentlich ist für den BVB, dass du sehr, sehr gut und qualitativ echt gut deinen Ballbesitzer auch spielst. Egal, ob du 30 Prozent hast oder 50, aber das war auch so, von meinem Gefühl, dieses Leverkusen-Spiel, was den VfB da echt genervt hat, diese Phasen, wo Leverkusen lange den Ball hatte, wo du in der Ordnung verteidigen musstest. Und das geht dann mal phasenweise gut, aber es gibt ja immer Spieler, die dann einfach aufgrund ihres Profils und aufgrund ihrer Stärken dann aus dieser defensiven Ordnung rausbrechen. Und dann willst du wieder ins Pressing gehen und vorschieben. Aber das ist einfach ein Geduldsspiel, weil eine Sache, die dem VfB natürlich in dieser Saison sehr krass in die Karten spielt, ist, dass Teams generell, wenn du viel im Ball hast, ungeduldig werden. Also dann haben sie einen Ballgewinn und dann soll es sehr, sehr schnell nach vorne gehen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Zagadou einfach so gut funktioniert in dieser Saison, weil er halt einfach nie die Tiefe 1 gegen 1 verteidigen muss, sondern immer nach vorne verteidigen konnte vor seiner Verletzung. Und solche Sachen musst du halt triggern als BVB, glaube ich. Diese Unordnung dann teilweise ausnutzen, ganz klare Zielräume haben, die du gespielst. Das ist ja, wie gesagt, ein ganz, ganz anderes Spiel als gegen Bayern, weil die haben ja gar keinen Druck fast auf den Aufbau gegeben. Und der VfB gibt ja Dauerdruck eigentlich im Aufbau. Also da spielst du halt nicht kontrolliert hinten raus. Und wenn du dann halt da hinkommst, dass du viel lange Bälle spielst und die dann verlierst, dann wird es meistens immer ein sehr, sehr ungemütlicher Abend gegen VfB Stuttgart. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, oh, oh, das ist wieder ein, oh, das ist ein Call. Wir haben nur noch Kracherwochen. Ich glaube, wir haben mit Frankfurt das schwerste Restprogramm rein. Also jeder Top-Spiel, im Übrigen, also der VfB will und kann nur noch Top-Spiel, stelle ich ja gerade fest, in Leverkusen. Aber wir halt um 15.30 Uhr für euch in Leipzig. Boah, geiler Spieltag. Jo, 31. der hat es voll in sich, weil da die Top-4 mal eben voll am Start ist. Und jetzt, ah nee! Dann will ich das Leverkusen bei euch meistern. Ja, ich wollte gerade sagen, weil dann sind die besoffen. Ich will den Spannungsabfall. Ach, scheiße! Den Spannungsabfall die Woche drauf. Ist da irgendwo noch Euroleague oder so? Ah, ja, das ist, ah nee, nee. Jetzt noch ein Grund weniger, warum die bei uns Meister werden. Die müssen gegen euch. Da bin ich heute Morgen leider wieder leer ausgegangen. Sonst wäre ich nach Leverkusen gefahren. Aber keine Chance. Ja gut, ich meine, da passen ja auch nur drei Fans rein. Was erwartest du? Naja, das ist ja keine Chance mit Dreitausender auswärts. Die Hälfte davon stehe ich eh schon weg mit Fanclubs und allem. Ich wollte gerade sagen, also du musst ja zumindest noch ein bisschen Fanclubs. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr auch Auswärts-Dauerkarten oder sowas. Ja, 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 genau. Diese Allesfahrer und so. Das heißt, da gehen wahrscheinlich so fünf Karten in den freien Verkauf. Ja, und vor allem, wie gesagt, wenn ich es richtig gesehen habe, gerade spielen die Woche drauf dann ihr erstes Hinspiel in der Euroleague, wenn sie weiterkommen, wo man mal ausgehen darf. Und ich glaube, da wird die Spannung auch hochhalten, wenn die ja wirklich auf das, ich sag mal, das Traumfinale gegen Liverpool da ansteuern in Richtung Euroleague-Finale, dann wird die Spannung hochgehalten werden. Und wie gesagt, Alonso und so mit dieser Aura und alles. Ich glaube, die werden da alles mitnehmen, was sie bekommen. Das Einzige, was ich halt sehr hoffe, deswegen wäre es cool gewesen, vielleicht nach Leverkusen zu fahren, wie hoch die Chance da ist zu punkten, wie hoch die Chance ist, dass wir das da sind. Wir haben ein brutales Spiel gemacht dort im Pokal, deswegen ist die Hoffnung schon ein bisschen da. Aber macht das alles, werdet Meister, dies, das ist alles in Ordnung. Aber bitte verliert noch irgendwo ein Spiel. Ich kann das nicht mehr angucken, wirklich. Sonst hast du hier dieses Arsenal 2.0, die in den nächsten 100 Jahren noch erzählen, ey, wir sind Invincible. Das geht mir so auf den Keks. Die ganze 90-plus-Thematik ist ja sowieso schon bekannt genug. Da kannst du dich auch darüber streiten. Ist das Glück, ist das einfach nur Können und wie auch immer. Aber bitte verliert mir noch irgendwo ein Spiel. Am besten in der Liga, weil sonst kannst du auch sagen, ey, Liga umgeschlagen, in der Euroleague hat eins verloren. Also einigen wir uns doch einfach, dass sie dann bei uns verlieren und dann gegen euch Meister werden müssen und da die Punkte holen, die uns dann wieder helfen. Haben wir wieder uns mit reingeholt? Das ist ja auch nicht so. Nee, 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 nee. Ich dachte, ich versuch das nochmal. Um Umwege, ey. Ja, ja. Ich muss mal den würdelosesten Leverkusen-Gegner finden, gegen den sie noch irgendwo Punkte lassen. Ja, warte mal. Guck, 33. Spieltag, auswärts Bochum. Tschüss, verloren 1-0 Bochum. Ja, irgendwie sowas ähnliches. Dann könntest du Meister werden die Woche drauf gegen Augsburg, letzter Spieltag. Zack. Also, ich würde aber... Also Meister feiern, davor sind sie schon Meister. Und dann spielen die einfach. Geht raus und spielt Fußball. Und wir wissen wieder nicht, was wir da tun. Und dann zieht uns unter Umständen, ohne jetzt so negativ zu klingen, Darmstadt den Stecker. Das wird auf jeden Fall spannend. Und da bin ich tatsächlich auch relativ happy. Muss natürlich gucken, wie das Saison verläuft. Und letzte Saison hat man auch so ein bisschen ein Negativbeispiel. Wir haben ja in Mainz gewonnen, wie gesagt, vorletzter Spieltag. Und dann war ein bisschen die Marschroute klar. Gewinn gegen Hoffenheim zu Hause. Und du bleibst vermutlich direkt drin. Wird nur so ein, ja, langweiliges 1-1. Nicht mehr als das. Und dann doch noch Relegation. Aber vom letzten Spieltag, wenn es um irgendwas geht, zu Hause Gladbach kann dich schlechter treffen. Also Gladbach ist ja eh irgendwie so ein bisschen im Niemandsland. Ich glaube, wirklich in Gefahr geraten die auch nicht mehr. Nach oben irgendwie sowieso nicht so wirklich. Gegen die haben wir auch generell einen sehr guten Rekord gegen Gladbach, auch in Heimspielen. Also da bin ich sehr happy, dass wir die haben am letzten Spieltag natürlich noch ein Heimspiel. Da wird es eh komplett steil gehen. Je nachdem, wie wir da stehen, sind wir schon irgendwo sicher. Also irgendwo sind wir schon sicher europäisch, aber nicht Champions League-mäßig. Von dem her, das wird, glaube ich, ein wahnsinniger letzter Spieltag. Ja, das glaube ich auch. Also für die Bundesliga, für die Spannung, so oder so, glaube ich, macht es einfach Spaß. Besser, als wenn das alles schon an Spieltag 30 geregelt ist. Internationaler Kampfabstieg, Meisterschaft und so. Das wäre irgendwie auch Leben, selbst wenn wir dann einen anderen Meister haben als Bayern München. Aber wenn das dann wieder so ganz frühzeitig alles klar wäre, wäre blöd. Deswegen denke ich, kommt es auch nicht so. Last but not least, bevor du dann in den Feierabend entlassen wirst, mein Lieber, muss ich dich aber dann doch nochmal auf deinen Tipp festnageln, was so dein Gefühl ist für Samstag. Was denkst du, was machen wir? Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich glaube, das wird ein ziemlich geiler Kick. Ich glaube nicht, dass da irgendwer irgendwen großartig überrennt. Ich glaube, wir haben beide in der Defensive, was bei uns auch ein bisschen Quatsch klingt fast, weil du hast, glaube ich, mit Nübel den zweitbesten Keeper, was die Clean Sheets angeht, die Weißen Westen angeht. Nach, glaube ich, sogar, ja gut, Radetzki müsste es wahrscheinlich sein, bei Leverkusen. Aber wir fangen uns immer wieder eins. Jetzt auch gegen Heidenheim. Natürlich waren das auch geile Hütten. Das zweite von Kleinen ist da mit dem linken Fuß gegen die Richtung, war bockstark. Den trifft er auch nicht so alle Tage. Aber du fängst dir immer irgendwie dem nicht eins, lass irgendwo einen Fehler bringen. Lass halt mal wieder bei euch die Arena auf einmal beben, wenn irgendwie eine Drangphase da ist. Deswegen, ich glaube, ein paar Tore können fallen. Arena ist ein paar Kilometer weiter neben uns. Wir sind schon noch ein Stadion. Ein Stadion ist in Ordnung. Okay. Aber wir, hat es ja jetzt erst vor kurzem auch gejährt wieder für ein paar Tagen, das 4-4. Ich glaube, so hoch wird es nicht, aber ich gehe mal auf ein 2-2. Julian Schieber, Junge, Junge, Junge. Ja, das ist doch geil, ey. Einsperrt gereicht, damit ihr uns für den gefühlt 50 Millionen überweist. Ja, ja, ja. Weltklasse. Julian und schießt der Schieber ein Tor, singen alle im Chor, wir haben den stärksten Stürmer der Welt oder irgendwie sowas, ja. Wow. Nein, aber das war eigentlich, am Ende war es Freitagabend, Flutlicht und dann so ein wildes Ding, das hat schon Spaß gemacht, war ich auch im Stadion damals. Also kurz mal mit dem Original-Kommentar angehört, diesen Englischen da, dieses Mal in der Football, grandios. Wie der auch selber gar nicht drauf klarkommt, ob dieses Vierte erstmal nach Worten ringt, grandios. Also das 4-4. Also dafür liebst du Fußball. Ich glaube, so hoch wäre ein bisschen krass. Ja, komplett, komplett. Also ich glaube, so krass wird es nicht am Samstag. Ich glaube, da wären auch die Trainer nicht so ganz happy mit mit so einem 4-4. Aber ich gehe mal auf ein 2-2-um-Schienen. Ja, wie gesagt, also Punkt in Dortmund, ist nicht unrealistisch. Wir lunzen jetzt gleich, wie gesagt, nochmal ein bisschen Richtung PKs und so. Durchaus auch im Bereich des Möglichen für mich. Ich lese auch hier relativ knappe Ergebnisse im Chat, außer von Max, der ein 1-3 für den VfB einfach raushaut. Danke dafür. Kuss auf die Nuss. Natürlich nicht 1-3 für den VfB Stuttgart. Niemals. Jawohl. Aber ansonsten hier irgendwas so mit, keine Ahnung, 3-2, 2-1, 3-2, also irgendwie mit vielen Toren, mit einigen Toren. Ja, ja. Ihr seid auch so in der Last-Minute-Mannschaft, habe ich gesehen. Schauen wir uns ein bisschen Daten an. Ich glaube, die meisten 90-Plus-Tore geschossen in der gesamten Liga. Also, da musst du auch aufpassen. Wir jetzt mitunter Last-Minute-Treffer, sonst sind Daten dabei. Nur Defensive wird vielleicht ein bisschen kreativ werden. Ja, also da bin ich vielleicht ein bisschen gespannt um guter Dinge, dass wir bei dem etwas wilderen Ritt in der Defensive, dass wir da irgendwie so ein bisschen Kapital schlagen können. Aber das ist erst mal der Wunsch und ich gehe jetzt mal, du hast es in 2-2 gesagt, dann, weil wir zu Hause spielen. Also in Stuttgart, boah, wäre das für mich nochmal ein ganz, ganz anderer Ritt wieder. Sag ich so. Da wäre ich auch auf Sieg. Ja, ja. Also gehe ich auch auf ein 2-1 Dortmund. Einfach, weil wir vielleicht auch müssen, ne, Schrägstrich, die Leipziger weghalten und euch auf die Pelle rücken. Das würdest du beides in einem Spiel machen, weil drei Punkte bist du vor Leipzig aktuell und je nachdem, was die jetzt erst mal machen, kannst du da wieder so ein bisschen Boden gut machen. Wäre für uns halt super wichtig, weil ganz ehrlich, es kann, also wenn ich am Ende der Saison Dritter werde, sogar noch vor euch, ich glaube, dann hast du das Maxi, 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 Maximum rausgeholt aus dieser Saison Bundesliga technisch und ich will es eigentlich gar nicht wagen, weil verdient, bin ich auch ehrlich, wäre es nicht unbedingt, wirklich nicht, ne, mit den gezeichneten Leistungen über weite Strecken, Top 4, ich will in die Champions League, ich will Top 4, der Rest ist mir relativ bumpe und da hilft uns. Das war ja auch so ein bisschen mein Fazit vom Dienstag, solange Leipzig auf der 5 bleibt und wir Champions League spielen, ist alles in Ordnung. Bei uns muss ich ja auch sagen, wir spielen eine unglaubliche Saison, wir überperformen, also von Erwartungshaltung überperformen wir ja um 12 Plätze quasi, Platz 15 war die Erwartung, bleibt irgendwie drin, deswegen, da können wir eh happy sein mit allen, natürlich wäre es so leicht, leicht vielleicht, eine leichte Genervtheit, wenn du es dann noch auf Platz 5 rutschst und ein Euroleague-Spielst, wenn du halt die, ich habe es mal geschaut gehabt, du bist am zweiten Spieltag nach diesem 5-1 in Leipzig warst du mal neunter, die kompletten anderen Spieltage schlechtestenfalls vierter und wenn du dann noch abrutschst auf die 5, wäre natürlich schon wahrscheinlich leicht, leicht genervt davon, zumindest direkt aus dem Affekt raus, am Ende merkst du trotzdem, wir spielen international, ist natürlich trotzdem geil und was halt bei uns ein bisschen schade ist, deswegen hängt das Pokalspiel fast noch ein bisschen nach, dass halt mit so einer Saison ohne Titel oder irgendwas rausläufst, spielst du die beste Saison der Vereinsgeschichte, wie gesagt, da ist alles drin, da sind irgendwelche Zweitiger-Saisons drin, da sind Meisterschaften drin, überbieten wir gerade alles, auch unsere Meisterschaft 2007 überbieten wir gerade um 5, 6 Punkte zum aktuellen Stand und du wirst halt am Ende des Tages, sag ich mal, in Anführungszeichen nur mit einem Tabellenplatz belohnt, das ist halt ein bisschen schade, aber gut, wenn du gegen Leverkusen kommst, dann ist das auch so ein Thema, ne? Wie gesagt, das ist fast so alt wie ich, fast das erste Mal seit 21 Jahren, ist dieses Spiel Dortmund-Stuttgart vor einem direkten Duell in der Rückrunde ein Spiel, wo beide Mannschaften in der Top 4 sind. Uh. Das erste Mal seit 21 Jahren ein Top-4-Duell in der Rückrunde. Also hat das das Prädikat Top-Spiel doch auf jeden Fall verdient. Ja. Ja, wow. Und zeigt nochmal, wie besonders die Saison ist, das ist ja kompletter Wahnsinn. Seit 21 Jahren, Mann, ich bin 23, 20, was ist das? Also, das gab es gefühlt noch nie. Hält mir wieder vor Augen, wie alt ich mittlerweile bin. Weißt du, was ich erschreckend finde? Wenn ich den Bart jetzt ein bisschen länger anlasse, da schleichen sich verdächtig viele weiße Haare rein. Ich denke so, ei, ei, ei. Aber da kann man mal sehen, Borussia Dortmund ist für vieles Mitschuld und für diese weißen Haare auf jeden Fall auch. Ich wollte gerade sagen, du alt ist ja auch schneller. Ja, ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Also, lieber BVB, irgendwann klage ich auf Schadensersatz, weil das geht ja so nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich draufbekommen habe bei dieser 92. mit Endo. Ich weiß nicht, wie viele Jahre da draufgekommen sind. Das werde ich irgendwann später merken. Du wirst es auch merken. Irgendwann ist dieser Moment, wo du sagst, ach, weißt du noch früher, Felix? Irgendwann kommt es in minus 5 einfach. So irgendwie. Ja, ja, ich glaube auch so. Einfach zack, wird dir das dann abgezogen und dann sagst du, ach, das war der Moment. Ich habe ihn lange nicht gespürt, aber auf einmal scheppert es im Alter richtig. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich werde auch da sein. Also, liebe Leute, tut mir an der Stelle leid, wer auf den Stream gehofft hat. Rein aus Pöhlers YouTube und Twitch-Sicht und so, hätte ich mich total gefreut, bin ich ganz ehrlich und habe auch gesagt, boah, ey, eigentlich kann ich keinen Stream ausfallen lassen, aber da kommt dann der BVB-Fan und das Fan-Herz auch durch, weil 50 Jahre Westfalenstadion, Tempel, geiles Spiel, da muss ich hin. Ja, also da muss ich hin. Und wir werden... Wer lieb ist, kann es zu mir kommen. Ja, genau. Also ich würde gerade sagen, in dem kann es zu mir kommen. Ja, die benehmen sich alle. Ja, habe ich auch gemerkt. Für drei Minuten. Für drei Minuten. Und dann... Nein, also geht genau. Also wer dann streamtechnisch versorgt werden will, kann gerne bei Felix vorbeischauen, der es dann streamen wird. Und dann kommen wir zum Vorbericht. Gehen wir rein. Natürlich hauptsächlich wieder PK, der Start. Hier ist ganz klar. Stenzel hat zuletzt mit Schiene trainiert. Mittelhandbruch gegen Heidenheim tatsächlich. Er ist aber optimistisch, dass er dabei ist, er gegangen gegen Dortmund, dass Sebastian Hoeneß Preetlo war krank, gestern individuell trainiert, individuell und heute trainiert. So war die Message vom Donnerstag. Massimo fehlt krankheitsbedingt und auch Silas, wahrscheinlich somit der größte Name aus der Reihe hier zum Schluss, ist ebenfalls krank. Dann natürlich der Ausfall von Waldemar Anton ist auch ganz klar. Fünfte gelbe Karte und die Langzeitverletzten Rot, Zagadou und Nathai fehlen. Dann haben wir natürlich wieder die Frage, was machen wir mit Anton hinten drin? Sagt Hoeneß auch, viele Optionen ergeben sich durch die Sperre von Anton hinten nicht. Aber wir machen uns Gedanken. Ich möchte noch nicht viel verraten. Morgen haben wir noch ein Training. Also wie gesagt, Stand Donnerstag. Da werden wir entscheiden, wie wir es anstellen werden. Aber egal, wer auf dem Platz steht und welche Grundformationen wir einnehmen, wir freuen uns auf das Spiel. Auch das ist sehr, sehr wichtig und richtig. Und auch zum Heidenheim-Spiel ist er positiv gestimmt und eben auch dann eben im Blick zu, also in der Aufarbeitung des Heidenheim-Spiels, so rum ist er positiv gestimmt und eben auch mit Blick aufs Dortmund-Spiel und glauben, das ist ein Spiel mit Chancen. Für uns ist er, wo wir wissen, dass es aktuell wahrscheinlich das schwerste Spiel an einem Gegner in einer richtig guten Verfassung ist. Ja, würde ich vielleicht ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, in Leverkusen ist es nochmal ein bisschen schwerer, aber sonst natürlich schon. Es ist etwas Besonderes, dort zu spielen aus unserer Sicht, sind die Chancen größer als die Risiken. Auch das ist wichtig und richtig, der Satz, dass das, was ich spüre und auch die Mannschaft, heißt auch da, bei der Mannschaft auch gut angekommen, gute Trainingswoche, das kann man da schon so ein bisschen rauslesen. Und Höne sagt auch hier zum Thema Druck unserer Geschichten, ich empfinde es nicht so, dass wir momentan etwas zu verlieren haben. Ich habe immer gesagt, dass wir mit den besten Mannschaften der Bundesliga konkurrieren, die ganz andere Voraussetzungen haben als wir. Wir haben eine richtig gute Ausgangsposition. Die aktuelle Situation, sieben Spieltage vor Schluss auf Platz sieben zu stehen, hätten wir vor der Saison mit Kusshand genommen. Und auch das ist ja ganz klar, Thema Erwartungshaltung, auch vorhin in einem anderen Video, Thema, ja, keine Ahnung, Trigger-Warning, Erfolgsfans, wie auch immer, um das mal ein bisschen einzusortieren. Hier nochmal auch, ganz klar, Topspiele sind was Besonderes. Wir wissen, alle werden draufschauen. Wir wollen uns gut präsentieren vor ganz Fußball-Deutschland. Auch das ist geil und das werden die Jungs auch tun, bin ich mir sehr, sehr sicher. 8.000 VfB-Fans reisen mit nach Dortmund. Ich nicht. Extreme morgen Abend, wer gerne dazukommen möchte, der ist ausgegangen für das Dortmund-Spiel. Und der VfB hat auch nochmal berichtet auf der PK, dass man wohl bis zu 20.000 Karten hätte verkaufen können. Wahrscheinlich irgendwelche Analysen aus ihrem Ticketing, wie viele Personen da tatsächlich quasi in den Warteschlangen waren. Kann ja jeder verschiedenste Warteschlangen aufmachen oder eine Person auch 20 Stück aufmachen zum Beispiel. Das heißt, hätten wohl deutlich, deutlich mehr verkaufen können. Das sollte, glaube ich, rauskommen. Und vom VfB nochmal die Bestätigung für, ey geil, ihr habt den richtigen Hype entwickelt. Hätten wohl über 20.000 VfB-Fans nach Dortmund fahren können, aber es gibt der Block eben nicht her. Das war bei der Aufstellung. Und heißt auch natürlich, hätte ich so gar nicht genau mehr auf dem Schirm gehabt, hätte der Kicker nicht in die Headline genommen, in den Titel genommen, Karasors Heimkehr als Kapitän, weil der hat ja auch schon mal für Dortmund gespielt, in der Jugend mindestens mal. Und das heißt natürlich auch gleichermaßen, weil Anton ausfällt, dass Karasor ja die nächste Option ist. Das hat man auch schon mal überlegt gehabt, wer wird es denn jetzt, wenn Anton raus ist. Zagadou ist, glaube ich, der Zweite, soweit ich es weiß. Und danach eben dann ein Karasor, weil eben Zagadou ja auch verletzt ist aktuell noch. Das heißt, Karasor wahrscheinlich Kapitän, wird auch spielen. Frage ist eben, wo und wie. Da haben wir jetzt natürlich auch das Thema, wie wird es? Machen sie es vielleicht so wie in Freiburg zum Beispiel, wo du ja auch so ein bisschen Dreierkett-mäßig gespielt hast, eine Roh-Anton-Sterchu. Das heißt, du könntest jetzt hier, wer bis in das Naheliegendste, dann halt Ito, Karasor-Sterchu aufstellen, links, rechts, Mittelstädt-Wagner und so was. Und dann vorne, ja, die üblichen Verdächtigen müsstest halt vorne einen rausnehmen. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Dann führe ich einen Mio, irgendwas da vorne rausnehmen und auf Gerasi, einfach einer aus der Offensive fällt halt raus, wenn du in der Defensive einen mehr hast, ist ja klar. Wenn du so Dreier-Fünfer-Ketten-Mix hast, statt eben einer Viererkette. Viererkette ist natürlich auch theoretisch drin, kannst du einfach in den Mittelnstädt stellen, Ito stellen, Sterchu in die Mitte, Karasor in die Mitte, Stänzel in die Mitte, rechts Wagnoman. Aber da ist ja schon Sterchu und auch ein Stänzel und so doch schon ein bisschen eher, sag mal, rechtslastig ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass er dieses Dreier-Ketten-Ding macht. Allerdings hat er jetzt auch schon sehr, sehr häufig eben in dieser Viererkette gespielt. Auch Benni Grund hat es ja auch angesprochen gehabt, glaube ich, in den Stream-Highlights oder auf jeden Fall im Stream angesprochen, das ist ja klar, dass er vielleicht auch nicht unbedingt das Karasor-Ding aufbrechen würde, Karasor-Schiller-Mittelfeld. Das würdest du ja machen, wenn du Karasor nach hinten ziehst. Außer natürlich, er sagt, ey, egal, ich ziehe kein Karasor nach hinten und ich spiele direkt mit Ito, Sterchu, Stänzel, was auch Vogelwild wäre. Und für mich spricht er auch viel mehr für einen Sterchu jetzt mal in dem Vergleich, lass mal Karasor außen vor, für einen Sterchu in dem Vergleich, einfach auch aufgrund des Tempos und sowas. Hat es in Freiburg gezeigt, war da eigentlich echt recht ordentlich, hat man recht gut in Erinnerung. Das gesamte Spiel gut in Erinnerung in Freiburg, der geile Sieg da auswärts. Aber ja, das wird so ein bisschen fraglich. Also Defensive wird da auf jeden Fall ein bisschen kreativ werden, aber ich bin da guter Dinger, dass wir eine gute Lösung finden. Ganz kranke Außenfälte Chancen noch, hier der gute Andri Jays aus der zweiten Mannschaft, ich glaube auch da vor kurzem sogar getroffen für die zweite Mannschaft. Sehr oft im Kader beim VfB, würde auch wieder sein wahrscheinlich für Samstagabend. Aber den ins kalte Wasser schmeißen, Startelf, stelle ich mir fast schwierig vor. Sterchu, auch das darf man nicht vergessen. Auch da nochmal ein bisschen Prome für den Port Canstatt, den ich auch natürlich schon gehört habe und wo ich auch mit dabei bin, ja mit den Einspielern. Auch da schon mal für gleich, wenn wir in die Statistiken reingehen, für das Spiel, auch da wieder wie immer, Port Canstatt war schon online, ist schon online, 16 Uhr am Donnerstag und auch da werde ich wieder nicht alle Stats mit reinnehmen. Aber natürlich die meisten, aber alles hört ihr eben in Port Canstatt, wie ich es ja auch schon beim Heidenheim-Part gesagt habe, wie ich es immer sage. Aber hier, auch das natürlich, habe ich da nochmal aufgefasst oder aufgenommen aus dem Port Canstatt. Da ist natürlich Sterchu auch, ja, ist natürlich noch jung, aber der hat auch schon ein bisschen Standing. Er ist ja Kapitän bei seiner U-Nationalmannschaft, bei der Schweiz. Also ich glaube, den kannst du ja auch durchaus, ich sage mal, recht gefahrenlos reinschmeißen, tatsächlich. Hat er auch in Freiburg gezeigt, zum Beispiel, sonst sehr öfter eher Einwechslungen, wenn auch öfter mal ein bisschen längere Einwechslungen, mal 10, 15, 20 Minuten bekommen, hier und da. Deswegen, bleib kreativ, pack da Karaso rein, pack Sterchu rein, Stänze rein, irgendwas wird er tun. Ich glaube, da können wir einfach nur abwarten auf morgen. Ich lege mich jetzt hier nicht auf irgendeine Aufstellung fest, aber worauf man sich drauf festlegen kann, ist, dass die Jungs gut eingestellt sein werden und dass das Hand und Fuß haben wird, was Hönes da macht, so wie alles quasi bisher. Und damit kommen wir eben schon zu den Stats, zum Topspiel morgen, zu den Statistiken, zum Einspieler. Das Erste, was ich da so direkt gelesen hatte bei der Bundesliga, ist halt auch komplett gestört. Das ist das erste Mal seit 21 Jahren, dass wir unter BVB aufeinandertreffen in der Rückrunde und beide in der Top 4 in der Tabelle stehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das auch schon vorhin in den Clips mit drin hatte aus dem Stream, aber wenn, dann habe ich es halt doppelt, ist egal, weil es darf diese Doppelwirkung gerne haben, weil das ist echt schon krass. Das ist sehr, sehr krass, finde ich. Seit 21 Jahren das erste Mal wieder in einer Rückrunde, dass das das Duell von Top 4 Clubs ist. Also es zeigt auch mal, wie besonders die Saison von uns ist auf jeden Fall. Und auch wir, Thema Expected Points und so Geschichten, stehen da, wo wir hingehören. 0,18 Punkte Abweichung, stehen genau da, wo wir hingehören. Dortmund, ja, die haben sogar sieben Punkte mehr geholt, als zu erwarten war, laut Understat. Das heißt, die waren da sogar gerade aktuell Fünfter. Hat ja auch Toxys so ein bisschen durchhorchen lassen, dass man da jetzt auch nicht, ja, so, dass man auch selber sich bewusst ist, dass man wirklich nicht, hier und da nicht 100% verdient mit Ergebnissen von Platz gegangen ist, mit denen man von Platz gegangen ist, sag ich mal so. Denn in der tatsächlichen Tabelle ist es ja auch so, Platz 4 gegen 3, wie sogar vorne auf, eine 4 Punkte vor Dortmund, 53 zu 57. Heimtabelle ist der BVB auf der 5, wie auf der 4, also auch da sogar ein leichter Vorteil, was das angeht. Aber auch trotzdem auch hier wieder zur Einordnung, die letzten 14 Bundesliga-Heimspiele bei Dortmund, also Bundesliga-Heimspiele von Dortmund gegen uns, haben sie nur einmal verloren. So dieses 5-1, dieses wilde 5-1 in Corona-Saison, Fafre-Entlassung und so Geschichten. Also es ist nicht einfach in Dortmund. Wie gesagt, du fährst hier nach Dortmund, das darfst du auch nicht vergessen in der Herangehensweise, in der Erwartungshaltung, wie auch immer, wie ich auch im Stream ja ausführlich darüber gesprochen habe. Gehen wir in die Stats rein, in die Werte von der Bundesliga, den Vergleichen, beide Teams Top 3 der wenigsten Gegentore in der Liga. Wir 31 kassiert, Dortmund 30. In den selbst erzielten Toren Top 5, wir 63, Dortmund 5, 5, das ist ja ein leichter Vorteil für uns. Und hier die Werte wie immer, Passquote, Platz 4 gegen Platz 3, also immer zuerst Dortmund genannt, danach wir. Stellung Karasor bei den Spielern in den Top 5 aus der gesamten Liga, was die Passquote angeht, die durchschnittliche Ball bis jetzt Platz 4 gegen 3, auch da ein leichter Vorteil. Gewonnene Zweikämpfe, insgesamt gewonnene Zweikämpfe sind wir auch besser, wir sind Vierter, Dortmund Zehnter, gewonnene Kopfballduelle, Platz 16 gegen 13, das ist nicht so stark das Duell, kassierte Karten, das ist auch der Klassiker, das ist ein Top-Team, das ist ja nicht Abstiegskampf, deswegen Dortmund auf Platz 15 der erhaltenen Karten, der kassierten Karten, gelb und rot, wir auf der 18, V ist im Gegner, Dortmund auf der 17, also V am zweitwenigsten, wir auf Platz 15, und Mittelmaß generell auch wieder in so, ich sag mal, ja, intensiven Daten, Laufdistanz, Platz 10 gegen 13 im Schnitt, Sprints, Platz 8 gegen 12, intensive Läufe, Platz 12 gegen 13, also beide auch wirklich auf einem ähnlichen Niveau, irgendwo halt Mittelmaß, ne, und da muss man vom Spieltag nochmal sagen, vor der Prognose gleich, vom Spieltag, dass wir die ja sauber hergespielt haben in der Hinrunde, das darfst du auch nicht vergessen, das darfst du schon auch positiv rausziehen, beide Male hochverdient gewonnen in Liga und Pokal, auch kurz aufeinander, aber, und das, was für Dortmund vielleicht ein bisschen spricht, haben wir auch drüber gesprochen, natürlich im Stream, im Talk, dass einer einerseits für Dortmund spricht, dieser erste Sieg bei den Bayern seit fast 10 Jahren, für Selbstbewusstsein und so Geschichten, aber gleichermaßen eben auch, ja, die Bestätigung jetzt eben kommen muss, gegen uns, weil wir sind immer noch hinter uns, als erstes haben wir uns niemanden überholt oder so Geschichten, natürlich wichtiger Sieg, ein geiler Sieg, aber der bringt halt nichts, wenn es gegen Stuttgart wieder ein anderes Gesicht zeigt, das heißt, dieser Druck von Bestätigen, dass du in München gewonnen hast, der ist glaube ich schon da bei Dortmund, und auch einige Wiedersehen sind da am Samstagabend, Topspielansetzung, Kobel und Mayer, beide Keeper bei Dortmund waren schon mal bei uns, Zagadou ist ja verletzt, aber auch Ex-Spieler, Stenzel war da mal, Karasso war da mal in den Jugenden, führe ich genau das Gleiche und natürlich auch Dahoud, der war natürlich dann auch von Gladbach damals dahin und eben von dort aus dann vereinslos und dann nach Brighton oder halt Vertragsende nach Brighton. Eine Besonderheit ist noch das Dortmunder Stadion, 50 Jahre feiern die ihren sogenannten Tempel und auch natürlich in Sondertrikots dann gegen uns, so leicht wie bei uns fast gegen Heidenheim, natürlich ohne Sondertrikots, aber bei uns war ja auch tausendstes Heimspiel und so Geschichten und Arenas erstes Mal richtig eröffnet und so Geschichten, zwei Spiele in Folge so Stadion-Geschichten auch drumherum, aber diesmal halt pro Dortmund, das heißt, da fehlt auch da durch nochmal ein bisschen mehr Stimmung drin oder whatever oder einfach eine gewisse Vorspannung, ein gewisses Feeling drin in Dortmund und ja, jetzt hier prognosemäßig habe ich auch schon viel gesagt im Stream bei Toxie, ich gebe mich auch mit dem Punkt zufrieden, so doof gesagt, habe ich mal so formuliert, aber eben, wie ich auch schon im Restprogramm im letzten Video besprochen habe, du fährst halt nach Dortmund, so, das darfst du nicht vergessen, das ist nicht einfach für uns, für den Kampf um die Champions League wäre es wichtig, da nicht zu verlieren, weil sonst ist es sind sie auf einen Punkt dran, darfst du noch mal sagen, der Punkt, das 3-3 gegen Heidenheim, der eine Punkt, war schon brutal wichtig, natürlich erstmal fürs Mentale, für die Psyche, lassen wir den Treffer und so Geschichten, immer geil, aber eben auch tabellarisch, weil wärst du jetzt auf drei Punkte nur, dann hätten sie dich halt zumindest punktetechnisch greifen können, ich glaube Torverhältnisse hätten sie einige schießen müssen oder ein paar mehr schießen müssen, um uns eben zu überholen, aber sie wären eben punktgleich gewesen mit uns, jetzt können sie uns eben nicht komplett schlucken, sag ich mal, sie können nur auf einen Punkt rankommen, immerhin, Leipzig ja auch in eben gleichem Maße auf vier Punkte ran, sollten wir verlieren und die beiden gewinnen, also das ist halt schon eine große Wichtigkeit, eben auch ein Direkttest-Duell, brutal spannend, Tabellen-Nachbarn, diese Jagd da quasi gegenseitig, das ist schon ein besonderes Duell, bei Dortmund immer besonders zu spielen, deswegen, Tücher ist da ein grundsätzlicher Druck drauf, so ein bisschen, im Sinne von Pass auf und in die Euroleague will es vielleicht doch nicht unbedingt abrutschen, aber ich drehe es mir halt echt eher in die Richtung, wie ich es auch schon gesagt habe, dass ich eher diesen Druck bei Dortmund sehe, im Sinne von, die müssen halt jetzt schon auch bestätigen, die sollten jetzt schon auch bestätigen, die sind immer noch die, die jagen, wir sind noch die Gejagten, so ein bisschen komfortabler, sag ich mal, wir haben vier Punkte vor denen, auch die in den nächsten Wochen noch Leverkusen und so Geschichten, Leipzig, wir auch Bayern, Leverkusen und sowas, Dortmund, Leipzig und so, da wird noch viel passieren und viel Direktur noch bis Saisonende, aber natürlich auch das so ein bisschen ausschlaggebend zu einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel, ausnahmsweise mal, muss man ja sagen, ausnahmsweise mal in der oberen Tabellenregion bei uns und nicht eben in der unteren, wie wir es oft hatten im Abschiedskampf, deswegen auch da geht man vielleicht mit einem positiven Druck da rein, aber eben auch zu wissen, wir können die schlagen, wir können da punkten, definitiv, der Fußball gibt das her, die Hinrunde hat das hergegeben, diese zwei Spiele da, die wir gewonnen haben, ja, hochverdient gewonnen haben, aber ich möchte halt eben jetzt nicht mir als Fan erstmal mit dem Anspruch da reingehen, der Erwartungshaltung reingehen, dass wir da gewinnen, einfach auch da wieder ein Klassiker, nicht zu viel erwarten, da wirst du nicht enttäuscht so ein bisschen, aber auch im anderen Sinne von, keine Ahnung, ich finde es auch nicht nötig, uns jetzt unnötigen Druck aufzubauen, Hönders hat es ja auch schon so ähnlich formuliert, warum sollte sich, warum sollte irgendein VfB-Spieler da jetzt anreißen, irgendein VfB-Fan da anreißen, mit dem Druck, sag ich mal, im negativen Sinne, dem Druck da gewinnen zu müssen, so, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, Dortmund ist so ein Ding, wie auch Leverkusen auswärts, wenn du da Punktest, wäre es geil, verdienen wir uns immer Kacke, auch gerade eben diesem Verfolgerduell mit Dortmund, wäre es Kacke, aber ein Punkt, wird glaube ich auch keiner drüber meckern, aber den halte ich auch für sehr realistisch, den Punkt tatsächlich, deswegen habe ich da ja auch auf 2 zu 2 getippt, tatsächlich, vor kurzem ja auch gejährt, bis 4 zu 4, vielleicht wird es auch so eine ganz ganz wilde Nummer, würden vielleicht so ein bisschen die Offensiven, gut die Defensiven nicht unbedingt, aber wir haben ja vorhin gesehen, die Top 3 der wenigsten Gegentore, aber die Offensiven wird es zumindest mal hergeben, so viele Tore, ich glaube beide Teams auch immer wieder gut für irgendwie mal vielleicht ein dummes Gegentor oder irgendwas hergeschenktes, individuelle Fehler oder sowas, das Thema Heidenheim, drei Hüttenkassett gegen die, deswegen könnte auch vielleicht sowas ganz wildes werden, aber ich bin mal ein bisschen ruhiger noch auf dem 2 zu 2 in Dortmund, was man glaube ich absolut mitnehmen würde, wir haben die letzten 14 Jahre da einmal gewonnen, ich weiß gar nicht, wie oft wieder Unschingen gespielt haben, wahrscheinlich auch nicht unbedingt so häufig in den letzten Jahren, dieses 4-4 da mal, ich glaube irgendwann nochmal ein 2-2 oder so, wahrscheinlich gefühlt hat dreimal Unschingen gespielt, ohne das jetzt wirklich irgendwo nachgeschaut zu haben, von dem her, 2-2 tippe ich in Dortmund und damit kommen wir zu den Tipps vom Spieltag noch, zum Abschluss der Klassiker, auch alles drin in meiner Kick-Tipp-Runde, in der ich auch sehr geschwächelt habe letzten Spieltag, aber da waren noch komische Spiele dabei, wer tippt denn bitte, dass Mainz 0-0 spielt in Leipzig und so Geschichten oder dass die Bayern da tatsächlich verlieren gegen Dortmund das erste Mal seit fast zehn Jahren, diese Woche geht es los, Freitagabendspiel tippe ich auf ein 2-1 für Frankfurt gegen Bremen, also der Bremen-Downfall geht so ein bisschen weiter Union verliert 1-3 gegen Leverkusen, ich bin da gerade ein bisschen anti in der Hinsicht und suche mir immer wieder die Möglichkeiten, wo ich vielleicht sogar mal gegen Leverkusen tippe oder wo ich darauf hoffen könnte, dass die vielleicht sogar irgendwo mal verlieren Union ist immer eklig, aber Leverkusen ist halt auch einfach zu eiskalt, 1-3, Freiburg 1-1 Leipzig, wäre nicht schlecht für uns, würde uns gut tun, wenn die nicht gewinnen würden, die Leipziger, Mainz ist ein 2-1 der nächste Sieg und damit machen sie wichtige Schritte, die Mainzer, Köln auch da wieder ein bisschen Pro-Köln-Tipp, aber auch nicht unrealistisch in einem Heimspiel, 2-1 gegen Bochum, für die kommen jetzt ja auch komplett überlebenswichtige Wochen, Heidenheim tippe ich jetzt sogar auch auf ein 1-1 gegen die Bayern, ey, warum nicht, Spannungsabfall bei den Bayern, Fokus auf Arsenal, whatever und Heidenheim sowas auch eklig, komm, 1-1 und damit werden auch die Bayern wieder ein bisschen mehr in greifbarer Nähe, sag ich mal, um mal nicht immer nach unten zu gucken auf Platz 4 und 5, sondern auch mal hoch auf Platz 2, so nämlich, bei uns, ne, 2-2 getippt im Topspiel und dann kommt so wirklich ein ziemlich unspektakulärer Sonntag, da muss man echt mal so sagen, Heidenheim tippe ich auf ein 1-1 gegen Augsburg, äh, Heidenheim, Hoffenheim, sorry, die TSG, 1-1 gegen Augsburg und Wolfsburg gegen Gladbach, kann mich auch da wieder verkacken, habe ich auch schon bei Bremen gemacht, ne, neue Trainereffekte und so, vielleicht werden es wieder besser, aber das hat mich irgendwie von Beginn an nach so einem völlig unspektakulären Kack 0-0 auf dem Sonntag 17.30 angesprochen, deswegen habe ich es da so stehen lassen, würde mich aber auch nicht wundern, wenn es Wolfsburg gewinnt im Heimspiel und damit bin ich durch, hier mit dem, mit dem, mit dem Dortmund Part, mit dem Dortmund-Vorpricht, wie gesagt, morgens sind wir im Stream, zusammen am Start, kommt die eine vorbei, ähm, Bock ist natürlich da, das möchte ich jetzt auch so gar nicht runterreden, ne, weil ich so ein bisschen, ich sage mal, sehr neutral war, oder sehr reflektiert war, wie auch immer, ähm, zu dem Dortmutschen, natürlich ist der Bock brutal da und ich weiß, du kannst ja auch gewinnen, ne, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, rüberschanzen und auf 0-3 tippen oder sowas, ne, deswegen hier so ein bisschen der, der, der reflektierte, äh, ja, neutral 2-2-2-Tipp in Dortmund, ne, aber natürlich brutal Bock, es ist ein brutal wichtiges Spiel und wie er auch schon in meiner Betrachtung vom Restprogramm, glaube ich, durchkam und durchkommt immer wieder, jetzt schallert es eh, jetzt schallert sieben Wochen lang durch, ja, brutal Bock, Endspottersaison ist brutal geil und mal gucken, mit was wir uns am Ende dann genau krönen werden, wie immer hier von euch zu allem, äh, gerne eure Themen, eure Kommentare in die Kommentare, so nämlich, ähm, wie immer auch alle Links, ne, und so weiter in der Videobeschreibung drin, im Sammeling ist auch ganz klar, ähm, auch hier mal ein bisschen bewegt mit dabei gehabt, deswegen brauche ich hier gar nicht jetzt zu sagen, von wegen irgendwie viel mehr fürs Zuhören, weil war sogar mal was zum Zuschauen wieder mit dabei in diesem Video hier, ähm, aber natürlich trotzdem auch wie immer gerne kostenlos Like und Abonnenten lassen, wäre sehr wichtig für den Kanal, für uns das VfB-Community, ist ja ganz klar Geschichte, bleiben fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.